moin herzlich willkommen zurück im freispiel herzlich willkommen zu wir haben mega city oceania gespielt genau machen wir die ganzen messe neuheiten jetzt so nach und nach in die playlist und das ist hier ungewohnte perspektive das liegt daran dass wir haben umbauen müssen wegen des lockt whatever downs gucken wir mal ob das auch so geht mega city ist eigentlich so übersichtlich dass man das auch so erklären können müsste grundsätzlich geht das darum dass wir hier so eine futuristische stadt bauen irgendwo vor australien im pazifischen ozean und das machen wir indem wir ein geschicklichkeitsspiel gegeneinander spielen es hat auch taktische elemente wie das funktioniert das kommt jetzt wir sind immer reihum am zug und wer am zug ist hat entweder die wahl so eine karte zu nehmen aus der offenen auslage das ist spielerzahlabhängig wie groß die auslage ist es gibt vier verschiedene arten von gebäuden die blauen sind industriegebäude öffentliche violette gebäude gewerbeeinheiten in gelb und wohnbebauung in rot die karten haben diverse infos da komme ich darauf zu sprechen die eine variante was ich machen kann nächste variante ist ich bediene mich hier aus dem sack mit den bauteilen und sie da drei raus in meinen persönlichen vorrat relevant ist aber man darf nur bestimmte anzahl plättchen in seinem vorrat haben 15 was zumindest zwei spieler spielen ich weiß gar nicht ob das spielerzahlabhängig ist es gibt so bauteile verschiedenster formen und hier gibt es in drei farben transparentes glas schwarzen stahl und graus beton grauen beton den karten ich den bauteile oder es gibt immer eine auswahl von diesen plattformen da haben wir nachziehstapel und davon liegen drei offen aus da kann ich mir auch einfach eine nehmen als aktion oder wenn ich die schon immer im vorrat habe kann ich die umdrehen die sind doppelseitig bedruckt auf der einen seite auf dem lüftungsschlitz ist dann immer zu sehen was auf der anderen seite zu haben wäre weil die gebäude die ich errichte die errichte ich auf diesen plattformen und die plattform muss der farbe des geforderten gebäudes entsprechen also wenn ich jetzt ein öffentliches gebäude errichten will dann brauche ich dafür eine violette plattform sonst kann ich das nicht machen oder ich kann auf meine zwei standardaktionen verzichten drei standardaktionen verzichten um ein gebäude zu liefern das heißt dann ich bringe das hier in die stadt dazu muss ich das natürlich gebaut haben das bauen selber ist keine aktion alle spieler können dauerhaft während des spiels einfach an ihren gebäuden rumbauen bis sie halt an zukommen dann müssen sie kurz ihre drei aktionen machen und dann weiter bauen und wenn ich dann ein gebäude fertig habe das den vorgaben entspricht dann kann ich das liefern dann kommen wir zu den karten die haben hier unten immer so architektonische vorgaben in diesem fall würde das zum beispiel bedeuten ich darf kein beton verwenden da gibt es da noch andere sachen natürlich klar kein glas kein stahl verwenden was wir hier noch haben jetzt zum beispiel das muss einen offenen bogen haben und zwar auf ebene der plattform das ist wird hier durch dargestellt da gibt es dann noch andere sachen ist das irgendwo weiter oben bogen haben muss dass der lüftung schacht überbaut sein muss obwohl er normalerweise offen sein müssen so also grundsätzlich ist es so dass die gebäude auf diesen plattformen immer so gebaut werden müssen dass der lüftung schacht dass der offen ist und diese drei kringel das sind quasi anschlüsse für das zuwasser das abwasser und die müllinsorgung oder so und die müssen bebaut sein die müssen zumindest von den bauteilen berührt werden die ich da für meine gebäude benutzt habe so genau das ist unten die architektonische vorgabe hier hat es immer eine höhen vorgabe 55 oder mehr millimeter muss das ding hoch sein dass wir wenigstens 35 millimeter und es zu überprüfen gibt es hier so ein genial das mitgeliefert wird kann man daneben stellen um zu gucken wie hoch ist denn das gebäude das ich gerade geliefert habe und hier rechts ist immer die anzahl der geforderten bauteile abgebildet das sind meistens sechs sieben oder acht oder da steht ein x plus nach dem acht plus das heißt es müssen mindestens acht sein dürfen aber auch mehr sein so wenn ich das gebäude fertig habe dann wird geliefert und das heißt ich muss das gebäude auf seiner plattform über den tisch schieben so dass es an die stadt angrenzt sollte das dabei umfallen dann muss ich die teile zurücknehmen habe halt meinen zug verdödelt und die nächste spieler innen ist am zug deswegen das sollte man unbedingt vermeiden die werden dann immer markiert hier mit so einem besitzstein da hat jede spielende person acht stück von das heißt acht gebäude pro mitspielenden werden maximal gebaut genau wenn alle karten die im spiel sind das ist spielerzahlabhängig wie viele da ins spiel kommt verbaut sind dann kommen hier diese großaufträge noch ins spiel die auch noch gebaut werden dürfen und das spiel endet dann am ende der runde an der der letzte normale auftrag errichtet wurde dann kann man noch ein letztes gebäude liefern so dass ein großauftrag ist und der legal fertig gebaut ist denn die haben dann seht ihr zwei anforderungen und auch höhe und bauteil anforderungen höher als bei den meisten anderen sachen dafür sind die dann auch mehr punkte wert das ist mega city oceania punkte gibt es eben für die karten weil ich das ding hier errichtet habe dann drehe ich das um das ist dann am spielende vier punkte wert und im lauf der partie kriegt man immer noch sonderpunkte nämlich gibt es hier seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht hier in der mitte da ist so ein grünes plättchen das ist der zentrale park um den anfangs gebaut werden muss und immer wenn ich ein öffentliches gebäude irgendwo in die stadt liefer dann darf ich ein denkmal in diesem zentralen park errichten das ist dann ein extra siegpunkt wert wenn mein gerade geliefertes gebäude das aktuell höchste gebäude der stadt das ist das ein extra siegpunkt wert da gibt es dann also chips und so siegpunkt chips die man dafür bekommt und dann ist am spielende jeder spieler hat einen eigenen park den man nach dem liefern in die stadt legen darf neben das soeben gelieferte gebäude und auch da wenn ich dann später neben leeren parken gebäude liefer kann ich dann denkmal reinsetzen weil dann wiederum die denkmäler in den parks für alle gebäude die daran grenzen auch noch mal ein extra punkt wert sind oder jeder park macht potenziell noch mal einen bonus punkt für für jedes gebäude rundherum genau das war eigentlich schon mega city oceania merkte die regeln sind super easy und dann hat das aber trotzdem mehr als so dein durchschnittliches geschicklichkeitsspiel es ist natürlich ein geschicklichkeitsspiel es geht darum irgendwie zu bauen aber was da entsteht das ist es sieht einfach wahnsinnig toll aus hinterher das ist ein irres gefummelt also man muss tatsächlich viel geschicklichkeit beweisen dass man die dann auch fehlerfrei oder einsturzfrei in die stadt geliefert bekommt aber es hat eben auch taktische elemente über dieses kartenziehen über das plättchen nehmen oder auch wegnehmen den mitspielenden wenn ich zum beispiel weiß jemand braucht da dringend noch gelbe gebäude weil es gibt natürlich noch bonus punkte wenn ich von jeder gebäudeart was geliefert habe und da liegen gerade zwei dinge aus und ich kann die wegnehmen weil es mich nicht stört dann hat die nachfolgende spielerin diese gelben teile nicht mehr muss eventuell eins nehmen das auf der rückseite gelb ist also eine aktion dafür vergeuden das umzudrehen auf die farbe die sie bräuchte ja und genauso kann man natürlich die gebäudekarten den mitspielenden wegnehmen und so weiter also es hat durchaus taktische elemente ist aber in erster linie mal ein geschicklichkeitsspiel ja wie hat uns das jetzt gefallen kann ich nicht sagen weil ich bisher der einzige bin das gespielt hat und mir hat es richtig richtig gut gefallen ich habe das zu hause ausprobiert mit meiner frau und wir hatten riesen spaß an dem teil und ich freue mich darauf dass in den nächsten tagen den kollegen zeigen zu dürfen und hoffe dass die genauso viel spaß mit dem teil hatten wie ich mega city oceania bei asmo de erschienen für zwei bis vier spieler dauert ungefähr eine dreiviertel stunde und ist unserer meinung nach oder meiner meinung nach definitiv sein geld wert wenn ihr noch weitere videos über andere spiele sehen wollt die wir bisher nicht besprochen haben und die nicht automatisch kommen weil sie herbst neuheiten sind schreibt uns das hier unten drunter in die kommentare drückt hier auf den abo knopf um uns ein abo da zu lassen dann werdet ihr informiert wenn wir neue videos hochladen bis dahin wünschen wir viel spaß mitspielen ciao